Grüezi und Moin! Beste Grüße von Sylt in meiner Heimat in die Schweiz. Freut mich sehr, dass wir uns heute hier kennenlernen. Mein Name ist Pius, ich bin hier der Sülzer, weil ich schon 40 Jahre hier bin. Hey, Moin Gerd! Moin Pius! Grüß dich! Super Tadelröte! Kampen hat ja die teuersten Immobilienstraßen in Deutschland. Hier wohnen die reichen Hobbits in ihren schönen Häusern, mit den Strohrechten. Erstmal das Gebiet abstecken, das ist wichtig. Jawohl! So! Herrlich! 33 Kilometer feinster Sandstrand. Also super, zum Gehen und auch zum Hinlegen. Ein Traum und guckt euch dieses tobende Meer an. Sensationell! Normalerweise gehe ich jetzt bagen, aber ich muss leider gleich zur Arbeit. Das lasse ich heute mal sein. Bis zum nächsten Mal. rigi Bis zum nächsten Mal.